Next time, I fall in love, Peter Cetera. Na, lebt ihr noch? Gefällt's euch gut? Super! Na prima, freut mich auch. Okay, ja, Nummer 5, mein kleiner Begleiter hier, der mir helfen soll. Sag mal, was soll denn das bei der schönen Musik liest du im Buch? Ist vielleicht auch wichtig zu wissen, was da drin steht, sein oder nicht sein bei Peter irgendwann. Ja, sicher, aber ich meine, wir müssen ja eine Show machen und du sollst dafür da sein. Wenn ich mal nicht weiter weiß, weißt du überhaupt, wer jetzt drankommt? Sandra, Geburtsdatum, 18.5. Ja, verrate ich nicht, Geburtsort, Saarbrücken, Augenfarbe, braun, Körpergröße, 1,70 Zentimeter, Körpergewicht, 50 Kilogramm. Eben, verrichts Alter wollen wir nicht sagen, denn sie sieht toll aus und macht tolle Lieder und das ist das Wichtigste. Danke Nummer 5 und der Titel heißt? Hi, 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 Sandra! Ein ganzes Tile! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des 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 ZDF, 2020